Es geht um Freiheit, die Freiheit eines Gedankens, die Freiheit einer Idee, die Freiheit von Inspiration. Siegel steht dafür, das gesamte Potenzial auszuschöpfen, das uns Menschen zur Verfügung steht. Denn das, was mit einem Geistesblitz, mit einem kreativen Funken beginnt, benötigt Raum, um sich auszuleben und auszudrücken. Siegel zeigt, dass die Welt mit Zahlen, Strichen, Skizzen, Buchstaben, Entwürfen weiterentwickelt, verändert, ja in neue Dimensionen geführt werden kann. Für den wachen Geist ist nichts so verführerisch wie ein blankes Bord oder das weiße Blatt Papier. Bilden Sie doch das Spielfeld für Ideen, deren Zeit gekommen ist. Als die Brüder Arnold und Richard Siegel Lösungen schufen, damit Gedanken, Strategien und Pläne manifestiert werden konnten, war die Zeit für ihre Ideen gekommen. Die Nachkriegszeit ließ die Menschen über sich hinauswachsen. Den Wiederaufbau vor Augen brauchte es Zuversicht und Optimismus, um dem deutschen Wirtschaftswunder entgegenzueilen. Die Brüder Siegel legten Grundlagen, damit Fleiß, Mut und harte Arbeit in Ordnung und Effizienz mündeten. Was mit einem kleinen Sortiment aus einfachen Formularen begann, entwickelte sich zu einem erfolgreichen Unternehmen, das heute mit 1800 Qualitätsartikeln sowie modernen Digitalisierungs- und Softwarelösungen ein Angebot für die Zukunft formuliert. Jede Entwicklung verfolgt das Ziel, Menschen zu unterstützen, die etwas bewegen wollen, im Kleinen wie im Großen. Siegel ist dafür da, dem Talent die Tür zu öffnen. Schließlich braucht jede Idee einen Ort, an dem sie wachsen kann. Siegel ist das Unternehmen, das eine Idee Format verleiht.